Also ihr könnt gerne die Hot Dogs in den Biergruch tauchen mit dem Wasser. Dann flutschen wir ein bisschen besser, die Cola ist zum Nachtrinken. Ketchup? Es wurde Ketchup verlangt. Gibt's nicht? Perich. Okay. Sam, später. So, also, ja, die Zeit zagen wir immer an. Ein Hot Dog zählt als Wurst und Brötchen. Nur ein ganzes wird als ganzes gewertet. Wer noch mal die Wurst isst, hat verloren. So, also, ich stelle die Uhr ein, ich gehe mal weiter kurz. So, mein Kollege stellt die Uhr ein. 2,5 Minuten Zeit. Und der Counter läuft. 3, 2, 1, Stopp! Hey, 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 hey. Anfeuern bitte. Klatscht ihr in den Händen. Macht keine Ahnung. Danke für euer zahlreiches Erscheinen. Hier geht's im wahrsten Sinne des Pfortes um die Wurst. Ein Applaus für unsere Teilnehmer. Wenn ich den Namen wüsste, würde ich es dir jetzt vorstellen. Ich gebe ab. So, Leute. Jetzt ist genau eine Minute um. Leute, haut weiter rein. Wie ist alles, den hat Nummer 2. Der mit dem brauen T-Shirt und dem schönen Bad, die Nase vorn. Er kaut, was das Zeug hält. Und er verschlingt die Würste. Eins nach den anderen. Aber drüben auch. Pritz über Rockenzahn. Er gibt alles. Er hat, glaube ich, schon 18 Ordnung verschlungen. Und es geht weiter. Ja, verschlingt die Ordnung. Der Feuerzieger Julian Rockhoff schmeckt ein bisschen. Ich glaube, wir brauchen mehr Anfeuerung von euch. Es gibt alles, Leute. 1.30 Uhr vorbei. Leute, noch eine Minute Zeit, noch so viel heute zu verstehen, wie geht's. Haut rein. So, ich zähle hier. 3 Hotdox, 3 Hotdox, 3 Hotdox, 4 Hotdox, 4 Hotdox, 2 Hotdox, 4 Hotdox. 3, 3, 2, hey. Aber jetzt geht's nochmal richtig ab. Aber das Brötchen liegt im Glas. Das muss gegessen werden. Bitte gebt nochmal alles. Ihr habt nur 30 Sekunden Zeit. 20. 15 Sekunden. Jetzt nochmal alles. Bitte, auf. 10 Sekunden. 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Hände von den Tellern, Hände von den Tellern. Alle Hände nach oben, bitte. Alle Hände nach oben. 3,5 Hotdox. 4. 3,5. 4. 4,5. 1. Hey, unser Kandidat, unser Kandidat. Ein Hotdox übergelassen. Bitte einen Applaus. Wer möchte die restlichen Hotdox? Bitte bedient euch.